Rhein ins erste Einzel der neuen Saison für den FCS. Ja, ich bin eröffnet hat. Ja, ich muss sagen, das ist das Einzelne, auf das ich mich heute sehr gefreut habe. Ich glaube, Patrick hat alle Möglichkeiten. Das ist über Jahre eine hoch positive Bilanz gegen Ruben Pielus. Er spielt auf diversen Turniere, Meisterschaften. Ganz ohne sich da jetzt arg weit aus dem Fenster zu lehnen, kann man davon sprechen. Das zerbrücken wir heute, absolute Weltklasse-Spieler. Ja, Schluss. Jetzt das ein Elfmeter. 21. Danach fällt es ein bisschen ab, aber auch mit Full, da muss man rechnen. Toller Angriffsball. Gut gesehen, Hotska legt den Aufschlag nur rein, Ruf und Pielus. So für eine Offensive. Ungewohnt. Das sind die Ballwärts. Bisher ein bisschen fehleranfälliger war gegen Abwehr. Fühlt sich Franziska eigentlich immer sehr gut. Das Ziel eben, zu den Elfpunkten zu bringen. Bisschen schlecht gestanden. Dann hat er das super zu Ende gespielt. Den Saarländer. Der jetzt unter Druck steht bei eigenem Aufschlag. 10 zu 11 aus seiner Sicht. 10 zu 11 aus seiner Sicht. Das ist wieder der andere Mal angesprochen. Ihr werdet normalerweise in diesem ersten Satz den Ball mit weniger Tempo. Jetzt ist der Satz entschieden. Pielus läuft die Rückhand wieder, diesmal mit dem Fehler. In Satz Nummer 2. Fehler. Sie nehmen sich hier die Platzierung auszusuchen. Gerechnet 3 zu 1 jetzt die Führung. Dramat seus Stoßen. Tor! 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 Da geht Franziska gerne mit dem Gegenspin drauf. Tor! 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 Schnellen und durchschlagenden Vorhandtopspin. Ich würde sagen, Patrick Franziska gehört ja nicht. So kurz jetzt reingesprungen. Vier Satzbälle. Auch nur ein nächster Schubfehler von Kilos. 2 zu 0. Und B auch deutlich mehr unter Druck gesetzt, als dieses Abwehrspiel. Wir sehen es jetzt hier. Grandioser Ballwechsel. Und wie sicher Franziska hier auf die Abwehr war. Das sind super Topsplints. Alle extrem flach gespielt. Irgendwann kann er sich eben drauf einstellen. Und da es gilt es oder galt es für Ruben Fielos eigentlich zu vermeiden. Meiner Meinung nach sollte er jetzt. Was hat er noch zu verlieren? Das nochmal probieren. Mit ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Gegenangriff. Das macht er jetzt auch. Zeigt die unkonventionelle Rückhand. Das ist ein Fehler. Franziska schlägt den Ball über den Tisch. Das heißt. Der Ball zu offen gedorfen. Das hat Franziska gar nicht mehr. Hier im dritten Satz. Ein einfacher Fehler. Auf gutem Weg. Den amtierenden Vizemeister mit 1 zu 0 in Führung zu bringen. Auf gutem Weg. Mit dem Blockball dann kommt. Der scheitert. Ist nicht mehr so ruhig. Auf gutem Weg. Auf gutem Weg. Dieser Gegenspin zu lang. Auf gutem Weg. Franziska braucht ein Matchball. 3 zu 0. Für Patrick Franziska. 王klinisch. Didier BConf. ièrement viele Heimatven. Auf gutem Weg. Beiockствоuglung. Die Heimatven. Von Wasth. Untertitelung des ZDF, 2020